Hallo und willkommen zurück meine lieben Freunde, ich bin es euer lieber Odo, wir sind zurück bei Österreich mit Victoria 2.3. Und zwischen den Episoden habe ich wieder einen Haufen Sachen gebaut, unter anderem jetzt noch drei zusätzliche, äh fünf zusätzliche Sites. Weil wir machen Unmengen an Geld, obwohl wir die Steuern auf den Minimalsatz gewinnen haben. Wir haben eine Revolution im Land, die unbedingt Wahlrecht erzwingen möchte. Und wir haben keinen Krieg derzeit. Was da passiert? Auf jeden Fall sind da sehr viele Leute dahinter. Und wir werden sie besämtigen, sollten wir sehen, dass wir es nicht, ähm, nicht unter 100% halten können, diese Revolution. Schauen wir mal, schauen wir mal. Na, der Z-Schutz noch nicht zu Hause, könnten wir es tun. Aber es zahlt keine Steuern. Wenn ihr es nicht, wie ihr wählen könnt. Wenn ihr keine Steuern fahrt. Also gut, gut. Im Vergleich zu den anderen Ländern. Fuck. Großartige. Standard of Living. Die Leute in den anderen Teilen dieser Welt geht es viel schlechter. Die ganzen Deutschen, die sich nicht gut angeschlossen haben, sind rote Herzen mitten in Deutschland. Schauen wir mal, ob sie auf 189% aufhören. Das ist echt ernst zu meinen. Schauen wir mal, ob sie auf 189% aufhören. Ja, Thierry, warum hast du schon wieder eine Revolution? Das ist so traurig. Das ist so traurig. Okay. Und es geht darum. Okay. Wenn ich einen Krieg habe, mache ich das auf jeden Fall, weil da habe ich das Ding nicht im Auge. Ah, nur noch 88. Und runtergegangen. Wenn Sand oder Flewing so schön da rauf geht wegen der niedrigen Strache. Wetten. Sind glücklich und zufrieden. Wiedermeier. Wiedermeier. Warum tut man sowas? Wir sind ja keine Amerikaner. Michael von Knorr. Wiedermeier. Wiedermeier. Scheude sein. Hm, eine 10%ige Chance zerstört. Wir können es ihm auch verbieten. Aber auch die Armfors sind unhappy mit uns. Das sind die einzigen, die happy sind mit uns zur Zeit. Hm. Okay, Michael von Knorrern. Zeig mal, er. Ah, das bist du. Du bist kein Schlammführer, aber auch kein Brotartiger. Das heißt, wenn du stirbst, ist das jetzt nicht ganz so schlimm. Dann mal so Knorr. In Wahrheit sollte man sowieso sterben. Everyone enjoy this spectacle. Okay. Nur noch plus 3%. Das heißt. Plus 88. 2. 3. 3. 6. 5. 6. 6. 7. Das ist Null, mhm. Aber das durchdrückt mit allem. Stirring Radicalism. Ein Mordavien ist wurscht. Die sind so wenig. Die Leute. Das kann uns egal sein. Ob das jetzt keine Ahnung, 100.000 Radikale oder 110.000 Radikale sind, ist auch schon wurscht. Ich meine, wir haben hier Plus Null. Aber Gas treu ich dem Frieden nicht. Ah, Silk Unlock. Ja, stimmt. Kann man bei Society irgendwas, was man machen können, was die Leute zufriedener macht. Behaviourism. Antibiotics. Ja, richtig. Ähm. Stellt mir die Frage. Mhm. Auf Süßen wollen wir eh rot gehen. Okay. Ich glaube aber fast. Ich werde das trotzdem jetzt einführen, weil... Mir ist das ehrlich... Uh, Minus Null. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ich könnte also... Hm. Schauen wir mal. Schauen wir mal. Im Übrigen. Diplomatic Lens. Hm. Oh. Wir können wieder... Sachen machen. Oh, mir fällt was ein. Ich habe das total vergessen. Wollte ja auch noch... Survey the Panama East muss. Dass ich das total vergessen habe. Das kommt zwar... Bureaucracy. Aber... Ich glaube, wir können eh mehr Bureaucracy machen. Weil... Government Administration. Können wir noch ein paar umstellen. Mhm. Auf die Telefone. Äh... Müsste eigentlich passen. Weil der Fonpreis ist bei uns eh relativ gering. Was ist denn... Was ist denn da? Was ist denn da? Was ist denn da? Oh. Die sind schon ungestell. Mhm. Wenn Sie mal wieder in Prils. Okay. Was noch? Nur ab China. So, Obligations haben wir. Switzerland, Skandinavia, Hamburg. Dutch East India. Misshots aus. Bringen. Was schon beim Publikum erraten wir es. Nein? Warum nicht? Können wir uns erst einen Defensive Pact machen mit euch? Nein? Aber mit euch haben wir schon einen Defensive Pact. Das ist ärgerlich. Okay. Was haben wir noch außer Things? Skandinavien und Switzerland. Können wir den machen? Kann ich Switzerland machen? Ich werde das machen. Minus 74. Oh nein. Oh, das liegt nur an der Infamy. Wir sind bald runter. Wir sind bald runter. Dann können wir das machen. Ah, das ist ja wohl die Schweiz als Protektorrat. Großartig. Ist das mit Skandinavien? Kann ich als Protektorrat einschieben? Kannst du mir ein bisschen übeln? Nö. Die Fans. Auch nicht. Ah, wir haben zu wenig Dings. Das ist nicht im Krieg, deswegen kann man das nicht machen. Na gut. Alles gut. Alles gut. Meine Snacks habe ich auch aufgegessen. Aber da müssen wir in der Zwischenzeit noch irgendwo improve relations machen. Aber offensichtlich nicht in Europa. Ja, Sulu könnten wir machen. Das ist gut. Immerhin sind das jetzt unsere Vassalen. Wäre das Recht, wenn sie nicht empfangen, zu revoltieren gegen uns. Ah, und Skandinavien abfrieden. Schauen wir mal. Schauen wir mal. Na gut. Ja. 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 Das ist eine ewige Revolution. Das ist eine ewige Revolution. Oh. Das ist eine ewige Revolution. Ja. Ja. Geh halt rein. Und du? Fostere traditional values. Das klingt viel besser. Sagen wir ihnen, wir würden sie unterstützen, wenn sie uns die geben. Oder irgendwas anderes. Ah, das Survey vom Panama-Kanal kostet auch Geld, ne? Kann das sein? Oder liegt das daran, dass ich jetzt alle meine Konzertreizungen gestellt habe? Das kostet natürlich auch Geld. 40 Prozent. Mhm. Oh, 90 Prozent. Okay. Was, wenn ich das inakten würde? Pfff! 72 Prozent Zustimmung. Na gut. Okay. Machen wir das halt. Vielleicht macht das heute Glück. success die die övp stemmt sich mit letzter Kraft dagegen aber das wird's nicht spielen oh die övp hat die Regierung verlassen kann das sein deswegen lernt doch nichts wir sind ja noch in der Regierung aber ja sie sind halt angry und was soll ich tun nichts machen was heißt die katholische Kirche ist jetzt die sind alle unglücklich warum nur weil ich nur weil ihr keine Wahlrechte habt sehr ärgerlich ich mein also von Wahlrecht wird unglücklich sein ihr habt niedrige Steuern was wollt ihr mehr ganz offensichtlich wirklich das Wahlrecht okay das kennen wir jetzt schon wir nehmen Dalmatien natürlich wir nehmen Meetings oh wow wir haben die Nationalsozialist-Partei gegründet in unserem Land das finde ich nett das sind sicher die Kleinbürger oder das sind immer die Kleinbürger die Faschisten in diesem Spiel was ich ein bisschen strange finde weil die Kleinbürger naja okay es sind nicht ein bisschen eine seltsame Einteilung haben sie in dem Spiel oh die Landowners haben die Partei verlassen die Armed Forces naja okay das passt doch irgendwie nachdem jetzt ja alle mehr oder weniger Rechte in unserem Land haben könnte es sein dass sie nicht ob das für uns spricht dass die Nationalsozialisten die einzigen in unserem Land sind alles schrecklich die Landowners haben nicht einmal mehr 5% marginalisiert jetzt ist das arg Rudolf du bist erwachsen und noch nicht froh ja 1909 und du lebst noch wie kann das sein du bist erst acht bis aber später auf die Welt kommen du gehörst den Kleinbürgern und bist Feminist das wird interessant wenn Franz Josef stirbt wobei du bist auch Moderator also so schlimm ist es nicht warum haben meine Herrscher keine Haare okay was ist das ja das ist in Indonesien irgendwo gell philippinen da gegen den camp bitte gegen die aristocratic revolution die revolution okay was das interessiert mich nicht tschüss tschüss soll ich mich da jetzt ein mischen keiner hat noch was zahlt noch jetzt gerade also kann ich jetzt überhaupt noch ein mischen nein kann ich eh nicht okay gut interessiert mich sowas von nicht können könnten die natürlich zum puppet machen die natürlich noch könnte man nicht sagen was man machen Conquer State würde siebzehn nehmen. Okay, das ist ab. Aber vorher sage ich nur die Schweiz. Die Schweiz als Protektorat. Was ist das? Das finde ich gut. Ich finde es gut. Ich finde es gut. Mal. Yay. so schauen wir kurz market schau mal die gebiete wo wir infrastruktur brauchen rport on somewhere to the railroad railways lead the way Oh, warte mal, das heißt, wir könnten unsere Infanterie verbessern. Okay, Herrschaften, ich werde Schluss machen für heute. In-between-Episode werde ich meine Infanterie wahrscheinlich umstellen und dann werde ich auch überall dort, wo keine Eisenbahnen jetzt gebaut sind, Eisenbahnen hinbauen. So, dann sehen wir uns hoffentlich das nächste Mal wieder. Bis dann, tschüss euch!